Hallo, sag mal, wie kamst du zur Berlin's Night of Fashion hier? Ja, und zwar war es so, dass ich den Veranstalter Herrn Peter Schuller kennengelernt habe auf einer anderen Fashion-Veranstaltung. Wir haben gemerkt, dass es relativ Menge Querschnitt bei unseren Arbeiten gibt. Und zwar wollen wir gut sein auf Events und die Leute begeistern. Und da dachten wir, wir versuchen es mal. Und was bietet jetzt Reichsgraf von Plettenberg genau an? Wir bieten den Service für den Kunden in einer professionell geführten Weinverkostung über Sekt, über Champagner, über Liköre, über Weinbrände. Also alles das, was das Herz an sich schlägt, ich sag's mal so. Und was ist heute eure Aufgabe hier auf der Berlin's Night of Fashion? Wir präsentieren uns hier im Raum Berlin-Brandenburg und wollen einfach mal zeigen, wie wir mit unserem sympathischen, motivierten, natürlich absolut kompetenten Team eine Weinverkostung machen und die Leute begeistern können über den Geschmack. Super. Sag mal, fallen dir spontan drei Schlagworte ein zu Berlin's Night of Fashion? Spaß, Neugierde und Kompetenz. Und dadurch da auch der Erfolg, klar. Sehr gut. Kannst du denn was zu Peter Schuller und seinem Team sagen? Ja, also ich freue mich auf die Arbeit, die wir bisher zusammen hatten über das Casting, über unterschiedliche andere Veranstaltungen wie Coach the Client, was ja eine andere Sache ist. Und freue mich auf alles weitere, was da kommt. Und jetzt hoffe ich, dass der Abend anstrengend wird, weil das heißt, dass er wird echt gut. EINDS-Branden EINDS-Branden